Ja, das weiß ich auch nicht. So, jetzt haben wir wieder ein Mähwerk gekauft, jetzt brauche ich noch einen Traktor. Was kostet mir denn der Traktor wieder? Da werde ich einen Deutz nehmen. 229. Das sind 3 Tonnen wahrscheinlich. Der kleine, meinst du? Das ist jetzt nicht, was du fandest. Das weiß ich nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit, da hast du wohl recht. Ich weiß aber nicht, wie der funktioniert. Den kann ich mir auch noch kaufen. Aber genau, den probiere ich aus, dass ich... Ja, da muss ich aber zuerst wieder Geld verdienen. Ja, das Geld habe ich jetzt momentan nicht. Ja, das muss man mal ausprobieren. Das probiere ich jetzt dann aus. Aber jetzt muss ich erst noch ein paar Hackschnitzel machen. Ja, die habe ich jetzt schon gekauft, aber die kann ja wieder verschäben. Ja gut, Max, Unterhalt interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr. Der Unterhalt geht mir jetzt am Arsch vorbei. Ja, ich meine, die Rundballenvillage muss schon die gleiche Menge dann haben. Ja. Ja, wahrscheinlich. Stimmt, oder? Für was war die sonst? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Und mach doch den anderen. Den habe ich schon. Das war's für heute. Ja, jetzt warte mal. Jetzt warte mal, dann fahre ich den jetzt gleich mal weg da. Brauche ich dann nicht. Verschäme ich den gleich wieder, das ist wurscht. Gut. Und du sagst für einen Teleskop-Lader. Habe ich, die habe ich jetzt. Ja, ja, die habe ich schon. Die habe ich schon. Und den wollte ich noch holen da. Den Ballentechnik, den Silage. Den Silierer da. Den wollte ich auch noch holen. Gut, jetzt haben wir das alles voll. Da steht mein Mähwerk, der Wangen, die Zangen, der Zetter und der Silagewangen. Ballenpress steht da. Gut. Also, jetzt brauche ich bloß noch einen Traktor. Muss ich noch einen Traktor verdienen. Dann machen wir mit Silage, wenn es wurscht ist. Ich meine, der Prison wird mit seinem Bruder spielen, so wie ich das sehe. Ja, der wollte eigentlich heute nicht kommen, aber der ist online, wie vorher gesehen. Ist aber noch nicht gekommen. Und der Saatschen kommt ja auch noch einmal später. Ja. Ja. Ruheal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die kannst du mit dem Lader auch rein kippen. Ja, die kippe ich jetzt mit dem Lader in den Futtertruck rein. Hei Pips! Ja, das Mischfutter ist aber auch das einzige. Dann kannst du das Gros auch direkt einwerfen. Dann muss das Silage für das Mischfutter. Silage für das Mischfutter. Die mache ich auch mit den Ballen. Dann kann ich auch das Gros in den Ballen machen. Für die Silage muss ich aber den Grosballen machen, oder?